Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das wäre nicht das erste Mal, dass ein Journalist davor gewarnt wird, seine Nase in ganz bestimmte Dinge zu stecken Hör doch auf zum Teufel Dieser tausendmal aufgewärmte Mafiakäse ist für die Presse doch kein Thema mehr Sie haben immer noch nicht kapiert Sie haben bis morgen mit darum zwölf Uhr die zwanzig Millionen auf die Beine zu stellen Wenn nicht, gebe ich für Sie kein Pfefferling mehr Das wäre Wahnsinn Er ist heute Nacht nicht im Hotel gewesen Ich möchte schwören, dass Pietro etwas passiert ist, Mario Sie werden ihn umbringen Du bist doch ein Dummkopf Durch diese Flucht hast du dich ganz schön reingerissen Wie kann man nur so blöd sein, Santino Cosenza Und dann geht's mit dem Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020